Willst du mich schwer, du kleiner Texaner, musst du dir auch mal wieder zeigen, ne? Ein paar Tage darfst du noch hierbleiben, ne? So, ein paar Tage darfst du noch hierbleiben, ne? Kopfflieger, so, ne? So, komm her. Alter Kopfflieger, ne? So, kleiner Texaner, ja? So, musst du dir auch mal zeigen, ne? So, alles gut? So, alles gut mit dir? Huh? Ja, ne? Huh? Komm her! Aufgeregte Suppen holen, huh? Und du musst fressen, ne? Du musst endlich anfangen zu fressen. Okay, man, leider Kopfflieger, ne? So, und tschüss. und du musst auch mal, da, die ja auch mal gucken, ist, so. Und du musst du auch mal nicht anfangen zu fressen, ne? Ich sag, mal kurz. Okay, deshalb? Ich sag, mal kurz. Ich sag, mal kurz. Vielen Dank.